Let's go Aufnahmetest So, willkommen zurück zu Minecraft Test am Anfang Ich weiß nicht, vielleicht lade ich meinen Aufnahmetest mit dazu hoch Das wäre lustig Hallo Mr. Moor, bevor du anfängst die Regeln Ich weiß, keiner mag Regeln, aber naja Was sein muss, muss sein Regeln, Regeln Habe Spaß, keine Sheets Spiel auf No More Gegen Roma findest du Kekse Habe Spaß Jetzt, sofort Hier und Jetzt Story in der Textdatei, Ende neues Abenteuer Welche Textdatei? Ja, da ist gar keine Textdatei vorhanden Die Abenteuer heißt, da ist gar keine von Hallo mein Freund Ich hörte, willst du zum Mond fliegen? Aber zuerst musst du alle Chests bestehen Um den Raumfahrer aus West zu kriegen Also soll ich doch zum Also, da ist ja die Story Ich soll ja zum Mond fliegen Ich suche eine Ausrüstung und öffne die Tür Lava Wisst ihr was? Leute Ich kann euch das jetzt schon sagen Diese Map wird legend Warte, es kommt gleich Der Legendär Das ist schon gesagt Und deswegen gehen wir jetzt am besten weiter Um Ist doch egal Das passt Pass das passt das beste ist jetzt zu meiner kohle doch aber ich habe kekse das wichtigste an der web für meinen geschmack wo sie mir das ersetzen habe ich ich finde diesen viel zu viel da ist viel zu viel da war das voll die fps runter droppt das 1 completed 2 job oh mein gott das sieht irgendwie voll episch aus das ist irgendwie richtig episch gebaut aus ohne witz jetzt leute es wird ja auch so ewig runter geht und so durchs wasser noch und so als wir das spiegelt so sieht das aus dass wir das wasser richtig so spiegelt das hat der richtig nice gebaut richtig geil ohne witz jetzt ich für diese baue ist das sieht richtig episch aus einfach checkpoint laster brechen mit sogar mit checkpoint ich will das wirklich da ist ich will das wirklich toll und fast runtergefallen ich muss aufpassen fremdrop böse wow aber noch ein schenkt mal nicht jemand ein hauptsache ich falle erstmal runter 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 ok das ist jetzt so doof dann geht ja das sogar schneller Ich kann nicht rüberspringen wegen dem Wasser Ein bisschen doof Oder so ein bisschen Guckt euch das an, ich kann nicht rüberspringen wegen dem Wasser Ich kann da einfach nicht rüberspringen wegen dem Wasser Und mit dem Wasser komme ich da nicht hoch, ich mache das mal so Ich habe ja den Chippoint erreicht, aber ich komme wegen dem Wasser da nicht rüber, deswegen war das eben so Das finde ich eigentlich gerade ein bisschen doof gewesen, aber naja Schlupf Gleich habe ich es geschafft, gleich habe ich es geschafft, gleich habe ich es geschafft Test 3, das Glas verdicht, die Glasverwirrung Oh Gott Oh Gott Oh Gott, ich sehe auch gar nichts Ich mache das mal anders, ich stelle das mal eben um So, jetzt sehe ich auch besser was Ich habe da mal, dass die 100 Detections weg sind und sehe ich das auch besser Das ist auch nicht mehr so verwirrend Und schon hat die Glasverwirrung geschafft Test 4, überleben What the fuck Dies ist der letzte Test König, äh, komme bis zum Ausgang Ähm Ja So, das werden wir schon irgendwie schaffen Einfach geradeaus Truhe Und da haben wir auch schon fucking Da haben wir auch schon fucking Gott sei Dank fucking Ach, ich sehe was Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist cool Ich höre aber einen Enderman, der ist uncool Ich sehe was, ich sehe auf dem mond los steckt ein ja mond raumschuf fliege peter erbaut 2010 der fliege peter oder so schön ich kann ja schlafen wir gehen auf dem und wir sind da so schnell wir sind gar nicht das verstehe ich gerade nicht wir sind da um ist gar nix aus der gasse muss ich überhaupt durch oder ist jetzt wirklich zu aber wir sind da ich verstehe ich wusste was ich machen soll was ist das denn jetzt viel stoff ist das der mond danke für spiel meiner web viel spaß hier drauf was für spaß so leute das ist der mond er ist ziemlich klein und sieht komisch aus aber ja so wie es auf dem raumschiff wieder gespawnt ich würde interessiert es warum ich jetzt hier nicht weiter kann und wir sind da und das ist aber diese blöden blöcke und da komme ich gar nicht durch das verstehe ich nicht das verstehe ich einfach nicht ja es war die map aber was gibt der map eine 2 auf 1 hat sich ganz gereicht weil es ein bisschen naja war so eine eine sache hier so die ich jetzt nicht verstanden habe so wo ich dachte so öppete naja und wir geben der map eine 2 bis dann tschüss so 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 so